Herzlich willkommen zum Wochenausklang hier auf dem Kanal von WA Self-Invest und Fit for Finanzen in Kooperation. Wir schauen auf die Märkte, auf den DAX, der eine extrem schwache Woche noch nicht ganz hinter sich hat, aber er nähert sich den Endzügen und die Wall Street selbstverständlich und einige Aktien, die eines näheren Blickes bedürfen. Mit dem Roland Jägen zusammen geht's los nach dem Intro. Und da sind wir auch beide. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, was in der Woche, die uns durchgeschüttelt hat, davor noch die ganzen Notenbanken. Es gab kaum ein Halten, Jahreshochs, Allzeithochs und jetzt die große Ernüchterung, oder? Ja, jetzt die große Ernüchterung, das stimmt. Wir hatten ja auch weitere Zinsschritte in dieser Woche. Die Bank of England hat so ein bisschen überraschend auch die Zinsen recht deutlich angehoben, um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt schon 5 Prozent. Und auch Jerome Powell hat ja nochmal bekräftigt, dass er hier an der Zinserhöhungspolitik weiter festhalten will und dann voraussichtlich, oder vielleicht noch zwei, hat er glaube ich wortwörtlich gesagt, noch zwei weitere Zinserhöhungen anstehen könnten. Und das hat die Märkte doch so ein bisschen verunsichert, dass hier doch wieder Zins- und Rezessionssorgen so ein bisschen in den Blickpunkt der Anleger rücken. Ja, es gab glaube ich noch eine europäische Bank, die angehoben hat, Schweden oder Norwegen, ein Nordstahl jedenfalls. Ganz genau. Also man sieht, insgesamt ist der Konsens weiter bei den Zinserhöhungen vorhanden, sowohl in den USA als auch bei vielen europäischen Notenbanken. Und dieses Thema, denke ich, wird uns auch noch die nächsten Monate weiter beschäftigen. Ja, und das könnte ab einem gewissen Punkt natürlich auch Gift für Aktien sein. Momentan sieht es danach aus, als ob es nur eine Korrektur ist. Wann es in eine stärkere oder einen Trendwechsel gar übergeht, das werden wir anhand des Chartbildes herausfinden. Lassen wir uns gerne mit dem DAX beginnen. Der hat 600 Punkte verloren ab letzter Woche. Ja, der war sehr, sehr volatil in dieser Handelswoche und hauptsächlich natürlich auf der Unterseite hat die Bewegung stattgefunden. Und das hatten wir am Montag ja in unserem großen Wochenausblick hier auch schon mal angedeutet, dass es durchaus, und da können wir uns gerne den Kasserschart beziehungsweise das CFD hier mit reinnehmen, das hatten wir am Montag eingezeichnet, diese potenzielle Doppeltop. Und da sind wir quasi mustergültig jetzt zurückgelaufen, hier auch zu den gleitenden Durchschnitten auf Tagesbasis. Und in den kleineren Zeiteinheiten sieht man da auch gleich sehr, sehr schön. Also der Rücksetzer war deutlicher, als es vielleicht der ein oder andere auch vermutet hätte. Und jetzt sind wir wieder in einem Bereich angekommen, was auch ein logisches Ziel durchaus dargestellt hat, weil das meiste Volumen in diesem Jahr wurde ziemlich genau hier bei der 16.000-Punkte-Marke hier auch im Future gehandelt. Und da sind wir heute punktgenau angekommen. Wir handeln aktuell vier Punkte darunter hier im September-Future. Von daher, das ist quasi der faire Preis, den die Trader hier in den letzten Monaten ausgemacht haben, die Käufer und Verkäufer. Und das sieht man sehr, sehr häufig, wenn es eine Bewegung, eine starke Bewegung in eine Richtung gibt, dass der Markt häufig wieder zu diesen sogenannten High-Volume-Nodes, das heißt, wo schon sehr, sehr viel Volumen ausgehandelt wurde, wo der Markt so ein bisschen, wo es einen Konsens gibt von Käufern und Verkäufern. Und dahin ist der Markt jetzt wieder zurückgekehrt. Das ist gleichbedeutend hier auch das Value Area hoch des aktuellen Jahres. Das heißt, eine potenzielle Unterstützung. Wir haben gestern und auch heute kleine Gegenbewegungen gesehen. Das sehen wir gleich auch in den kleineren Zeiteinheiten. Aber bisher waren das nur kleine Gegenbewegungen. Wir sind natürlich langfristig hier jetzt im Aufwärtstrend über die letzten Monate. Und es gibt durchaus viele Anleger, die natürlich diese Rücksetzer nutzen, um sich dann auch wieder zu positionieren. Auch auf Monatsbasis hatten wir ein ähnliches Bild. Wir sind sehr, sehr weit gelaufen in der Verfallswoche, waren hier wirklich in einem extremen Bereich, wenn man sich hier das Volumenprofil und auch den VWAP auf Monatsbasis anschaut. Das war auch am Montag so ein kleines Kriterium, das wir angesprochen hatten. Halt, das meistgehandelte Volumen ist doch hier im unteren Drittel der Monatsrange. Und genau dahin sind wir zurückgekehrt. Dieses lag auch ca. bei 16.000 Punkten, wie auch schon im Vormonat Mai. Und das ist jetzt die Rückkehr in diesen Bereich. Und hier sieht man schon in diesem Bereich bei ca. 15.950, also ca. 50 Punkte unter der runden Marke, kam auch gestern Kaufinteresse rein. Das war hier auch dieses Value-Areative des aktuellen Monats. Und das sieht man ja häufig, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, sieht man zumindest eine Reaktion. Das muss nicht wirklich eine Trendumkehr sein, aber im kleinen Zeitfenster eine Reaktion, denke ich, konnte man sowohl gestern als auch heute Morgen vielleicht diese Abpraller handeln. Wir sind jetzt unter dem VWAP des aktuellen Monats. Also die Zeichen stehen neutral, aber schon leicht orange, könnte man sagen, dass jetzt auf Monatsbasis doch eher hier die Verkäufer aktuell so ein bisschen das Zepter in der Hand haben unterhalb von 16.125. Und da ist ja auch heute dann nochmal so Druck reingekommen und jetzt eher die Seitwärtskonsolidierung vielleicht hier vor dem Wochenende. Und das können wir uns gleich gerne auch noch in kleineren Zeiteinheiten anschauen. Ja, sehr gerne, denn ich komme jetzt wieder mit Trendlinien daher, die ich ja gerne einzeichne. Da ist es so, dass wir ab dem Allzeithoch eine sehr, sehr schöne Abwärts-Trendlinie sehen, an der sich der Markt dann nach unten hangelt. Und ich bringe auch nochmal eine Statistik hier mit rein, denn in dem ganzen Monat davor oder den vier Wochen davor kamen immer nach einem negativen Tag sofort wieder zwei, drei positive. Und das ist eben am Montag gekippt. Dienstag war negativ, Mittwoch, Donnerstag, ja und der Freitag bisher auch. Der Freitag bisher auch. Genau, diesen Rücksetzer, also die einen handeln dann die Gegenbewegung, eher Reversion to the mean. Natürlich konnte man jetzt auch schön im kurzfristigen Zeitfenster gestern oder heute dann auch trendfolgend hier auf der Unterseite sich positionieren. Also ich denke, diesen Rücklauf hier auch zur Trendlinie konnte man durchaus dann auf der Short-Seite handeln und dann vielleicht als Ziel jetzt wieder hier diese 15.950. Da versucht sich der Markt zu stabilisieren und jetzt mal schauen, ob es ein Auspendeln geben wird vor dem Wochenende oder ob der Markt dann entweder noch über diese Trendlinie nach oben ausbricht, vielleicht vor dem Wochenende oder ob wir sogar nochmal neue Wochentiefs hier sehen werden. Es war auf jeden Fall eine volatile Woche. Man sieht, selbst der V-Web der aktuellen Woche wurde nicht einmal getestet. Das ist immer ein Indiz für eine relativ trendstarke Woche und ja, diese Woche war es jetzt der Abwärtstrend, der uns bisher verfolgt. Von daher gibt es nicht wirklich Gründe, sich auch dem entgegenzustellen, sondern die Chancen waren eher auf der Unterseite zu suchen. Nicht nur im DAX, sondern natürlich auch in den US-Werten. Da kommen wir gleich zu. Noch eine Meinung zum DAX, wenn du das nochmal in eine größere Zeitebene hebst. Hatten wir ja Anfang Juni immer zwischen der 16.020 und der 15.900 die Range und davor dann bis zur 15.700 nach unten. Da sind wir jetzt gerade drin, zwischen 15.900 und 15.700. Da wird er also dafür sprechen, dass wir vielleicht auch zu den Tiefs, 31. Mai war ja das Mai-Tief, nochmal eingeführt worden, hinlaufen können. Genau, das wäre das nächste logische Ziel auf der Unterseite. Sollten wir diese Marke nicht halten können von 15.950 bis 16.000 im Future. Da haben wir ja etwas andere Zahlen als im Kassachart. Sollten wir diese Marke nicht halten können, denke ich, ist das nächste logische Ziel ja auf der Unterseite die Tiefs aus dem Beginn des Monats Juni und dann natürlich auch die Tiefs aus dem Monat Mai, die hier auch bei ca. 15.750 entsprechend zu finden sind. Genau, soweit zum DAX, der ja vom Rekordhoch kommt. Da kam der Nesdaq nicht ganz vom Rekordhoch, aber immerhin von einem Jahreshoch, was immer wieder erweitert wurde und der hat auch ein bisschen einkorrigiert, sich aber gestern wieder gefangen. Also da läuft die Korrektur noch nicht so zielstrebig an wie beim DAX. Nein, sondern wirklich nur eine kleine Korrektur auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir hatten auch schon mal die eine oder andere Trendlinie hier eingezeichnet. Man kann noch eine steilere einzeichnen, aber von den markanten langfristigen Trendlinien ist der Nesdaq noch sehr, sehr weit entfernt, wie auch von den gleitenden Durchschnitten, wenn man darauf schaut. Also er konsolidiert bisher auf sehr hohem Niveau weiterhin hier in einem Extrembereich zwischen der zweiten und dritten Standardabweichung hier auf Jahresbasis, was den volumengewichteten Durchschnittspreis anbelangt. Und das ist wirklich ein Extrembereich, in dem sich der Markt nur sehr, sehr selten aufhält. Von daher könnte ich mir durchaus, vielleicht auch jetzt nach einer Gegenbewegung, die wir auch gestern schon gesehen haben im Verlauf des Tages, doch zumindest mittelfristig weitere Rücksetzer vorstellen. Aber aktuell ist die Schwäche in Anführungszeichen in Nesdaq wirklich sehr gering ausgeprägt. Ja, und das war aber nicht von der Marktbreite her so gestern. Ich habe mal ein bisschen unter der Decke geschaut. Da waren es wirklich wieder die großen Tech-Werte, die den Markt nach oben gezogen haben. Schauen wir uns nachher gerne mal im Detail an. Bei der Marktbreite fällt mir immer wieder der Russell 2000 ein. Und der war gestern sogar im Minus. Genau, den können wir uns auch gerne hier etwas näher anschauen. Der hatte eine starke Bewegung hingelegt seit Beginn des Monats, als er im Bereich von 1.750 dann wirklich diese Aufwärtsbewegung gestartet hat. Und ist aber so aktuell so ein bisschen gedeckelt bei 1.900 gewesen, war kurzzeitig darüber, aber läuft jetzt über die letzten Tage doch wieder relativ stark hier zurück, kann man sagen. Jetzt ist man bei 1.850 angelangt. Ich denke, das nächste Ziel auf der Unterseite wäre hier diese schwarze Linie, der V-Web diesen Jahres bei ca. 1.830. Die Gefahr im Russell sehe ich weiterhin, dass wir hier die Jahrestiefs auch noch nicht gesehen haben. Wir sehen hier wirklich im unteren Viertel, im unteren Fünftel könnte man sagen, also sehr weit unten das meistgehandelte Volumen des aktuellen Jahres. Und das ist häufig ein Indiz dafür, dass wir wirklich hier die Tiefs noch nicht gesehen haben und vielleicht dann auch das Vorjahrestief noch mal testen könnten. Also aktuell, es war zwischenzeitlich mal eine relative Stärke zu sehen, aber mittlerweile ist doch eher hier die Schwäche wieder vorhanden und man sieht doch deutlichere Abschläge hier im Russell als zum Beispiel im Nasdaq. Genau dazwischen von der Größe der Unternehmen liegt eben dann der S&P 500. Der war auch auf einen Jahreshoch ganz kurz geklettert und versucht sich eben dort zu stabilisieren, um vielleicht weiter zu steigen oder auch nicht. Genau, versucht sich hier zu stabilisieren, ist auch nur moderat zurückgekommen, aber ich denke, die nächste Unterstützung, die liegt auch nicht mehr allzu weit entfernt bei ca. 4.365 bis 70. Das ist das Value Area Hoch des Vorjahres. Also ist auch noch hier im Extrembereich, man sieht es schon. Und dem S&P würde hier vielleicht auch noch ein etwas größerer Rücksetzer guttun, um dann auch die Möglichkeit den Tradern zu bieten, hier trendfolgend sich in diesem mittelfristigen Aufwärtstrend zu positionieren. Also auf diesen hohen Extrembereichen möchte man sich nicht als String-Trader zumindest auf der Long-Seite positionieren. Als Day-Trader ist das eine andere Geschichte. Aber da ist doch die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass wir noch eine größere Korrektur sehen, als es aktuell der Fall war. Ja, und eine größere Korrektur haben wir auch beim Goldpreis gesehen, um mal von den Aktienindizes auf andere Assetklassen überzuschwenken. In den letzten Wochen war es ja eher langweilig, um die 1.950 in der Kasse beim Future ein bisschen höher. Jetzt hat er sich wohl entschieden. Ja, und das hatten wir auch angesprochen. Wenn diese Marke nicht mehr hält, diese 1.950er-Unterstützungsmarke, dann könnten hier deutlich mehr Abschläge noch folgen. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei Handelstagen auch schon gesehen. Diese Marke wurde jetzt gebrochen. Nachdem hier der V-Web des aktuellen Jahres doch mehrmals als Unterstützung gedient hat, sind wir jetzt drunter. Und ich denke, die Abschläge könnten in den kommenden Tagen oder Wochen auch noch größer ausfallen. Also die runde Marke von 1.900, die kommt so langsam hier wieder ins Spiel und rückt in den Fokus der Anleger. Und ich denke, dahin könnte der Markt uns jetzt noch bringen in den nächsten Tagen. Und das ist dann ein potenzieller Unterstützungsbereich. Darunter ist dann noch die 1.880er-Marke zu nennen. Aber bisher zeigt der Goldpreis jetzt hier Schwäche, relative Schwäche, auch zu anderen Werten. Und ich denke, das könnte sich über die nächsten Handelstage noch etwas weiter fortsetzen. Da gibt es ja in der Tat auch eine Strategie, von wie ja Self-Investi mit dem Goldpreis eng verknüpft ist. Ich habe die mal mit der Iris Kleinen entsprechend abgefilmt und vorgestellt. Bei der Goldreis also tendenziell ist immer der Freitag der stärkste Tag der Woche. Im Gold, wenn man solche Markteffekte oder Saisonalitäten auch betrachtet. Im Prinzip sind alle anderen Werktage der Woche flat oder sogar negativ im Goldpreis. In so einem Abwärtstrend ist es dann häufig etwas schwieriger. Im Aufwärtstrend ist die Trefferquote noch etwas höher als so im kurzfristigen Abwärtstrend. Aber nichtsdestotrotz sieht man dann häufig auch freitags nochmal eine kleine Gegenbewegung. Heute versucht sich der Goldpreis hier auch zu stabilisieren. Also vielleicht sehen wir hier nochmal kleine Aufschläge auch vor dem Wochenende, was dann wieder dieser Statistik entsprechen würde. Jetzt kommen ja noch die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, aus Europa, Frankreich und so weiter. Da waren sie ja schon negativ. Also mal sehen, wie sich das in den USA anfühlt. Eine Asset-Klasse, eine recht junge, möchte ich auch noch mit gerne erwähnte Wissen, nämlich den Bitcoin. Der ist nämlich zurückgekehrt auf die 30.000. Da gab es tatsächlich auch eine Schlagzeile zu, warum er so stark nach oben gelaufen ist. Denn BlackRock, einer der großen Vermögensverwalter der Welt, plant einen ETF auf den Bitcoin. Und da muss er natürlich auch entsprechend Material, wie man sagt, am Markt einkaufen. Das geht am besten über den Future. Man sieht hier sehr schön, dass er auch wieder die Aufwärtsbewegung hier gestartet hat in den letzten Handelstagen. Und als nächstes Ziel hier auf der Oberseite kommen dann auch wieder die Jahreshochs hier ins Visier, die bei ca. 31.000 etwas darüber ausgebildet worden sind. Von daher, ja, die relative Stärke ist wieder hier vorhanden. Also auch diese Risk-on-Mentalität, für die der Bitcoin ja auch immer wieder steht. Und das sieht man sehr, sehr häufig, dass, wenn Technologiewerte Stärke zeigen, auch der Bitcoin Stärke zeigt. In dieser Woche war es ein bisschen umgekehrt. Also so eine kleine Anomalie, dass vielleicht hier ja doch noch höher die Risiko-Aversion aktuell ist und doch mehr nochmal in die Kryptowährungen fließt. Was einen so ein bisschen verwundert, also du hast es angesprochen, tendenziell geht es doch jetzt eher wieder Richtung Börsenhandel von Kryptowährungen. ETFs werden aufgelegt. Also das sind ja wirklich die Produkte, die wirklich den Bankern hier immer vorbehalten werden. Der Bitcoin wollte sich oder die Kryptowährungen allgemein wollten sich ja doch ein bisschen davon abgrenzen, von diesen zentralisierten Börsen eher auf Dezentralisierung setzen. Und dafür verwundert einen es schon etwas, dass diese News letztendlich, die doch wieder Richtung Regulierung geht, Richtung Börsenhandel, dass die doch die Kryptowährungen hier beflügelt hat. Ja, aber es sind nun mal die News, die am Markt wahrgenommen werden. Vielleicht auch, weil es ja weiterhin Probleme bei den Banken geben könnte. Lass uns damit gleich vielleicht starten mit einem der großen Bankwerte, JP Morgan Chase zum Beispiel. Und wir kommen dann später auch noch zum Technologiesektor. Denn die litten nach den Worten von Jerome Paul, dass es noch ein bis zwei Zinsanhebungen kommen dürfte oder geben dürfte in diesem Jahr. Und auch noch unter der News, dass die Kapitalrücklagen noch ein Stück weiter angehoben werden sollen, per Gesetz in den USA. Und das heißt ja, dass es zu Lasten der Margen geht oder zumindest, dass mehr Rücklagen gebildet werden müssen. Genau, die JP Morgan, die hatte sich ja sehr, sehr gut gehalten, auch in diesem Jahr und ist lange nicht so stark unter Druck geraten, wie auch viele andere Bankwerte, insbesondere natürlich die Regionalbanken. Und ja, insbesondere nach den letzten Quartalszahlen ist sie angesprungen. Aber seitdem sehen wir eigentlich nur eine Seitwärtskonsolidierung. Wir haben jetzt mehrmals versucht, auch hier die Jahreshochs anzulaufen, bei ca. 145 Dollar. Das ist aber nicht gelungen. Und so kam der Markt jetzt auch in dieser Woche, in den letzten beiden Handelstagen, hier wieder zurück zum 50-Tage-Durchschnitt. Aber insgesamt sehen wir hier weiterhin eigentlich den Aufwärtstrend. Also hier auch die kleidenden Durchschnitte sind noch aufwärts gerichtet. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Rücksetzer auch wieder genutzt wird, um sich hier Trendfolgen zu positionieren. Und ich denke, wenn nochmal die Marke von 144 bis 145 getestet wird, dürfte die Wahrscheinlichkeit immer höher sein, dass die Marke auch bricht und wir dann vielleicht auch einen dynamischen Aufwärtsimpuls sehen werden. Also wer versucht, sich hier zu positionieren, kann das natürlich auch relativ eng absichern unter den letzten lokalen Tiefs und vielleicht darauf zu spekulieren, dass diese Widerstandszone dann doch irgendwann bricht. Also sieht man noch hier mittelfristig die Stärke in der JP Morgan, insbesondere wenn man es mit anderen Bankwerten auch vergleicht. Ja, du hattest schon mal einen Blick auf den Technologiesektor geworfen mit einer Intel. Die Intel war der stärkste Wert in der Vorwoche. Da gab es die News mit, dass die Chips ausgerichtet werden in Richtung künstliche Intelligenz. Das hat den Kurs Auftrieb gegeben. Es werden ganz viele Fabriken gebaut weltweit, also unter anderem in Magdeburg, aber auch in anderen Ländern. Und dann gab es noch eine kleine Konferenz, wo Intel gesagt hat in dieser Woche, dass sie das Unternehmen vielleicht in Richtung Aufspaltung treiben wollen. Also zumindest die Bilanzierung deutet darauf hin, denn es soll einen Bereich geben, der nur Intel quasi gehört und der andere die Fertigung beinhaltet. Also Fabless-System, was ja auch ganz viele andere wie AMD und so weiter nutzen. Und Vorteil ist, da können auch Konkurrenten bestellen. Das machen sie ja momentan nicht. Genau, das machen sie momentan nicht. Die Aktie, die hat ja wirklich eine Stärke gezeigt, war der Gewinner der Vorwoche, aber kam jetzt sehr, sehr stark zurück. Die News waren auch so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite sammelt man natürlich jetzt auch viele Subventionen ein, staatliche Subventionen. Alleine in Deutschland wird man vermutlich ca. knapp 10 Milliarden an staatlicher Unterstützung für das Werk in Magdeburg erhalten. In Israel baut man eine große Fabrik, in Polen. Aber diese großen Investitionen, die belasten natürlich dann auch den freien Cashflow über die nächsten Jahre. Und das hat die Anleger doch jetzt nicht ganz so erfreut. Von daher kam es in diesem potenziellen Widerstandsbereich bei ca. 36 bis 37 Dollar jetzt auch zu Gewinnmitnahmen nach dieser dynamischen Aufwärtsbewegung. Und ja, aber ich denke, die Aktie sieht immer noch tendenziell positiv aus. Ich denke, ein Rücksetzer hier in diesem Bereich von ca. 31 bis 31,5 Dollar könnte man durchaus vielleicht auch nutzen, um sich hier Trendfolgen zu positionieren und darauf zu spekulieren, dass dieses vormalige Hoch auch nochmal getestet und vielleicht dann auch überschritten wird. Also insgesamt ist die Aktie jetzt gerade dabei, aus diesem langfristigen Abwärtstrend und der monatelangen Seitwärtskonsolidierung nach oben auszubrechen und dann vielleicht einen Aufwärtstrend auszubilden. Das sind so die ersten Züge davon. Und ja, vielleicht bekommt man hier noch die Gelegenheit, recht günstig auf diesen Zug aufzuspringen. Wie schaut es da bei AMD aus, dem großen Konkurrenzen, Renten? Und ich glaube, der kam auch etwas unter die Räder. Genau, die können wir uns gerne einmal hier im Vergleich anschauen. Die AMD, die kam auch sehr, sehr stark zurück, nachdem sie auch seit Beginn des Monats Mai eigentlich eine dynamische Aufwärtsbewegung hier hingelegt hat. Dann Mitte des Monats Juni hat man dieses Hoch nochmal getestet bei circa 131 Dollar und kam jetzt wirklich sehr, sehr stark zurück in den letzten 5, 6 Handelstagen. Aber man hatte natürlich hier auch schon eine sehr, sehr starke Bewegung hingelegt. Von daher tut, denke ich, dem Markt allgemein hier auch dieser Rücksetzer gut. Und man sieht jetzt auch hier diese Anordnung 100 über 200, über 200-Tage-Durchschnitt oder auch der 50-Tage-Durchschnitt ist über dem 100-Tage-Durchschnitt. Diese positive bullische Anordner, also der erste Rücksetzer hier in dem Bereich von circa 102 bis 104 Dollar wäre für mich tendenziell hier wieder ein Kauf. Wenn man da eine kleine Umkehr vielleicht sieht auf Tagesbasis, könnte man hier versuchen, nochmal auf diesen Trend aufzuspringen. Also der 50-Tage-Durchschnitt und knapp darunter auch die horizontale Unterstützung könnten hier durchaus perspektivisch nochmal Gelegenheiten bieten. Und das ist auch einer der schwächsten Werte im Nestec gewesen diese Woche. Rund 10 Prozent im Minus. Dahinter rangiert gleich noch die Pindu-Du, die PDD-Holding. Und das ist im Grunde genommen einer von vielen asiatischen Werten an der Nestec, die gerade leiden unter politischen Spannungen und darunter, dass in China noch ein Wirtschaftsstabilisierungs- oder ein Konjunkturpaket ganz allgemein erwartet wird, was noch nicht gekommen ist. Ja, die Aktie befindet sich jetzt im relativ neutralen Bereich. Das sieht man hier. Hier kann man weder jetzt von einem Aufwärts- noch Abwärts-Trend sprechen. Es ist eher jetzt hier eine Konsolidierung auf diesen Niveaus zwischen ca. 60 Dollar auf der Unterseite und 80, 83 Dollar auf der Oberseite. Weder der Ausbruch in die ein oder andere Richtung ist nachhaltig gelungen. Wenn man etwas rauszoomt, sieht man ja noch von den Vorjahrestiefs, ist man noch sehr, sehr weit entfernt. Also mittelfristig ist es eher ein Aufwärtstrend. Hier kann man ja auch immer eine längerfristige Trendlinie entsprechend mit einzeichnen oder eine Unterstützungszone. Wenn man dahin nochmal zurückkommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da auch nochmal Kaufinteresse gibt. Aktuell so ein bisschen weder Fisch noch weder Fleisch. Und da möchte man sich kurzfristig vielleicht nicht positionieren. Aber sollte diese Zone nochmal getestet werden, kann man sich vielleicht die Aktie nochmal etwas näher anschauen. Apropos Zone getestet und asiatische Werte, die JD.com, die hatten wir auch vor zwei Wochen uns angeschaut. Da wurde eine Unterstützung herausgebildet. Dann starker Anstieg. Und jetzt kommen wir dann nochmal vielleicht zurück. Genau, jetzt kommen wir nochmal zurück. Wir testen aktuell den 50-Tage-Durchschnitt hier auch von oben. Also das ist ein Bereich, wo man sich die Aktie durchaus etwas näher anschauen kann. Man könnte ja auch noch eine horizontale Unterstützungszone einzeichnen, die aus dem Tief, das wir im Oktober des letzten Jahres hier markiert haben, resultiert. Also hier ist die Möglichkeit, dass die Aktie durchaus eine Reaktion zeigt bei ca. 35 bis 36 Dollar. Die würde ich mir jetzt durchaus in den nächsten Tagen etwas näher anschauen. Und sollten wir da auch intraday mal eine stärkere Gegenbewegung sehen. Gestern war es schon eine moderate Gegenbewegung. Könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht ein neuer Aufwärtsimpuls gestartet wird. Auch wenn wir uns hier noch im mittelfristigen Abwärtstrend befinden. Also man sieht auch diesen Trendkanal, der abwärts geneigt ist. Man sieht die gleitenden Durchschnitte sind abwärts geneigt. Aber wer hier auf eine Gegenbewegung spekulieren möchte und davon ausgeht, dass vielleicht hier das Tief schon entsprechend ausgebildet wurde und ein Boden gefunden ist, kann vielleicht diesen Rücksetzer nutzen, um hier auf eine Aufwärtsbewegung zu spekulieren. Ja, an Eingang hatten wir ja formuliert, dass die Marktbreite nicht gestimmt hat, dass eher große Werte den Index oben gehalten haben. Und da steht die Tesla ganz oben auf der Liste, die weiterhin im Plus in dieser Woche war, auch wenn es am Mittwoch ein Stück weit nach unten ging. Das ist gestern vergessen worden. Gestern gestartet mit minus 3 Prozent, geschlossen mit plus 1 Prozent. Also da wird auch jeder Rücksetzer scheinbar gekauft. Ja, jeder kleine Rücksetzer wird hier schon gekauft. Also hier warten viele auch vielleicht auf einen größeren Rücksetzer. Vielleicht auch, dass dieses Gap hier geschlossen wird vom 8. auf den 9. Juni. Und hier sieht man, die gleitenden Durchschnitte sind noch sehr weit entfernt. Also unter 200 Dollar. Die beginnen jetzt hier sich zu kreuzen und dann vielleicht auch wieder in der nächsten Woche eine bullige Anordnung zu haben. Also jeder kleine Rücksetzer wird aktuell gekauft, aber viele warten vielleicht auf einen etwas größeren Rücksetzer. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir den jetzt sehr, sehr schnell sehen werden, weil die Tesla hat schon häufiger gezeigt, dass wenn sie dann mal ins Laufen gekommen ist, oft sehr, sehr lange braucht, bis sie in der Konsolidierung übergeht oder bis man einen größeren Rücksetzer sieht. Das sieht man auch zu anderen Zeitpunkten, wo man dann häufig eine Konsolidierung auf hohem Niveau sieht, vergleichsweise hohem Niveau im Vergleich zu den vorherigen Kursen. Und das könnte ich mir, also für mich eher eine Seitwärtskonsolidierung aktuell wahrscheinlich als ein größerer Rücksetzer. Das haben zumindest die gestrigen Käufe schon signalisiert. Apropos Käufe bei Amazon, gibt es auch wieder Käufe in dieser Woche und die Initialzündung hat, da muss ich leicht schmunzeln, Chef Bezos selbst sehr getätigt mit der letzten Woche gekauften einen Aktie. Ja, die ist weiterhin hier, die ist nicht in so einem dynamischen Aufwärtstrend, wie man das in der Tesla oder auch in der Nvidia gesehen hat, aber die zeigt immer neue Hochs, ja auch neue Jahreshochs, auch gestern wieder hier auf einem hohen Niveau geschlossen, über 129 Dollar. Ja, ein langsamer, stetiger Aufwärtstrend, aber das ist durchaus positiv zu werten und ja, das nächste Ziel auf der Oberseite, denke ich, hier könnte man auch ansprechen bei ca. 135 Dollar, ist noch ein kleines Stück weit entfernt, aber da, das ist eine Widerstandszone, die man vielleicht nicht so leicht durchbricht, also noch ein kleines Potenzial und dann könnte man aber durchaus hier Gewinne auch mitnehmen, wer positioniert ist und hier warten viele auch auf den Rücksetzer, um sich dann vielleicht Trendfolgen zu positionieren. Die Marke von 115 bis 117 Dollar, denke ich, könnte dazu geeignet sein, aber aktuell zeigt die Aktie noch keine Schwäche und noch keinerlei Anzeichen für einen Rücksetzer. Dann müsste er mit der einen Aktie ja auch schon die Ordergebühren drin haben. Wenn er bei Free Stocks wäre, hätte er ja gar keine gehabt, der Chef Bese. Ganz genau, also bei uns kann man ja alle US-Aktien kommissionsfrei handeln, auch ohne Spread-Aufschlag, von daher günstiger als bei jedem anderen Neobroker, von daher gerne mal testen, die Demo ausprobieren. Da gibt es keine versteckten Kosten. Wenn man möchte, kann man auch mit Hebel handeln, Short-Selling betreiben. Also ich denke, da bietet Free Stocks viele Vorteile. Ja, den Link poste ich gern unter dem Video. Und einen Wert haben wir noch, da es ja gerade um Handeln geht oder um Bezahlen allgemein. Die Paypal Holdings haben ja viele gar nicht mehr daran geglaubt, dass die überhaupt noch steigen kann, aber tatsächlich momentan der Wochengewinn am Nasdaq. Genau, die zeigt jetzt wieder mal, könnte man sagen, eine Gegenreaktion im bestehenden Abwärtstrend. Die ist natürlich hier langfristig noch wirklich deutlich negativ zu bewerten. Kam aber jetzt zurück wieder zum 50-Tage-Durchschnitt und versucht sich über die letzten Handelstage hier auch zu stabilisieren bei ca. 67 bis 68 Dollar. Das ist positiv zu werten, aber hier kann es, denke ich, durchaus noch längere Zeit dauern, bis dann auch, was die gleitenden Durchschnitte anbelangt, die Aktie vielleicht nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung in einen Aufwärtstrend übergeht. Hier wäre ich weiterhin eher vorsichtig, langfristig gesehen. Also es kann auch etwas dauern und ich denke, hier ist keine Eile geboten. Auch in den nächsten Wochen oder Monaten könnten sich nach einer Konsolidierung auf ähnlichem Niveau vielleicht bessere Einstiegsgelegenheiten bieten als aktuell. Ja, und solche Einstiegsgelegenheiten, die besprechen wir natürlich nicht nur hier im wöchentlichen Format, sondern auch in den Einzelwerten selbst. Bei Freestalks gibt es nämlich zu ganz vielen Werten hier eine Viertelstunde Analyse von Charttechnik gepaart mit Fundamentaldaten. Genau, da schauen wir uns regelmäßig drei, vier Werte die Woche an und analysieren die dann nicht nur Charttechnik, sondern auch fundamental und insbesondere schauen wir häufig auch auf die aktuellen Quartalszahlen. Ja, da freuen wir uns, dass da noch ein paar kommen und es ist ja auch bald wieder neue Quartalssaison. Also da geht uns der Stoff nicht aus. Lieben Dank für deine Inhalte und Expertise und schönes Wochenende schon mal Roland. Danke, wünsche ich auch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.